Die Einrichtung der Exchange-Hybrid-Bereitstellung nehmen Sie mithilfe eines Assistenten vor. In diesem Video zeige ich Ihnen die Vorgehensweise. Bevor wir den Assistenten starten, überprüfen wir, ob bei der Konfiguration des Verzeichnissynchronisierungstools die Option zur Exchange-Hybrid-Bereitstellung aktiviert wurde. Ich bin hier bereits auf dem Server angemeldet, auf dem das Verzeichnissynchronisierungstool installiert wurde. Und hier starte ich dann das Konfigurationsfenster. Hier bekommen wir dann gleich eine Meldung, dass wir zunächst einmal eine Windows-Aufgabe deaktivieren müssen, die für die Synchronisierung zuständig ist. Und das erledigen wir. Ich wechsle in die Systemsteuerung. Dann dort zur Aufgabenverwaltung. Dort finden wir dann die entsprechende Aufgabe für die Synchronisierung und diese deaktiviere ich. Nachdem wir das gemacht haben, können wir dann nochmal hier das Konfigurationsfenster starten. Hier dann die Angaben für die entsprechenden Konnektoren. Die Angaben lasse ich gerade so, wie sie sind. Auch der Benutzerabgleich bleibt so, wie er ist. Und hier unter den optionalen Features, hier muss jetzt das Häkchen beider Exchange-Hybrid-Bereitstellung gesetzt sein. Sollte es das noch nicht sein, dann müssen Sie es jetzt setzen und die Konfiguration dann weiter vervollständigen. Damit die Hybrid-Bereitstellung einwandfrei funktioniert, muss der Benutzer, unter dem das Verzeichnis-Synchronisierungstool auf das lokale Active Directory zugreift, einige Eigenschaften von bestimmten AD-Objekten beschreiben können. Welche das sind, sehen wir hier in der Tabelle. Es betrifft die Benutzerobjekte, die Inet-Org-Person-Objekte, die Kontaktobjekte und die Gruppe-Objekte. Bitte stellen Sie sicher, dass der verwendete Benutzer auf all diese Eigenschaften schreiben kann. Weiter geht es dann im Exchange-Admin-Center unserer lokalen Organisation. Ich wechsle hier in den Bereich Hybrid und starte dann den Hybrid-Bereitstellungsassistent. Hier auf dieser Umgebung wurde der Assistent bereits schon mal ausgeführt. Deswegen kommt hier die Meldung, dass wir eine Änderung nun vornehmen können. Ja, das wollen wir. Und im ersten Schritt müssen wir nun zunächst einmal den kleinen Zugriffs- und Postfachsurfer für den sicheren E-Mail-Transport angeben. Gegebenenfalls könnten wir auch einen Edge-Transport-Surfer angeben. Das hängt davon ab, wie denn unsere lokale Umgebung aufgesetzt ist. Und wir haben hier außerdem noch unter den weiteren Optionen die Möglichkeit, den zentralen E-Mail-Transport zu aktivieren. Wenn ich das mache, wird jede E-Mail erstmal über die lokale Organisation durchgeleitet. Auch beispielsweise, wenn dann ein Anwender versucht, eine E-Mail von Exchange Online auszuverschicken. Dann würde diese nicht direkt ins Internet versandt, sondern würde erst auch zunächst mal zur lokalen Organisation weitergeleitet. Im nächsten Schritt wählen wir dann den empfangenden kleinen Zugriffs-Surfer aus. Der dritte Schritt ist dann der sendende Postfach-Surfer. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das Zertifikat auszuwählen. In meinem Fall ist das das richtige Zertifikat. Und dann müssen wir noch den FQDN für die lokale Organisation angeben. Diese Angabe ist wichtig für den Connector, mit dem dann Exchange Online und die lokale Organisation miteinander kommunizieren. Dann brauchen wir noch einen lokalen Exchange-Administrator. In meinem Fall ist das Beispiel-Aki-Administrator. Und dann noch ein Office 365-Administrator. Und dann kann die Konfiguration eingerichtet werden. Da ja hier schon mal der Assistent ausgeführt wurde, steht jetzt hier Aktualisieren. Wenn der Assistent noch nie gestartet war, steht hier dann entsprechend Einrichten. Die Konfiguration selber, die dauert nun einige Minuten. Und sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, machen wir weiter. Der erste Abschnitt der Konfiguration ist nun fertig. Und jetzt brauchen wir noch einen zweiten Assistenten, der sich um die OAuth-Konfiguration kümmert. Das ist auch nicht groß schwierig. Wir starten hier die Konfiguration. Jetzt startet hier eine Anwendung, die sich dann um die OAuth-Konfiguration kümmert. Ja, und damit ist dann die Einrichtung der Exchange-Hybrid-Bereitstellung abgeschlossen. Und wir können nun beginnen, die Postfächer von der lokalen Exchange-Organisation zu Exchange Online zu verschieben. Die